Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Redbox-Runde und mit dabei ist der liebe Max. Hallo! Und ja, wie ihr schon an meiner Stimme erkennen könnt, ich bin irgendwie in der Stimmbruchphase, schätze ich mal, weil meine Stimme wird auch wieder endlich tiefer. Und ich muss die ganze Zeit alles kalt husten und so, aber ich hoffe, das ist jetzt in der Aufnahme nicht so extrem. Und ja, dann fangen wir auch direkt an mit Bedwurst. Ja, hier steht auch schon der Erbauer. So, das war der erste Hust. Ich werde mit Sicherheit so einen Counter oben reintun. Kommt mein Eisen raus. Ich hab ein Eisen. Ich auch. Jetzt reicht's, jetzt reicht's. Mir kommt der Dings wie, fast genauso wie auf Gomme vor, den Shop. Nee, der ist besser. Ah, nee, der ist wie Gomme. Schade, ich dachte, das wäre auch so ein geiler Sohn. So ein Sohn. Das ist mal der Malik. Ja. Hätte ja sein können. Mag den Shop auf Rewe, den alten und den auf Bergwerk zum Beispiel mehr als den auf Fromm. Boah, die lecks schon wieder bei mir. Ja, das tut mir leid. Hast du vielleicht noch drei Eisen? Nee, ich hab nur eins. Ja, okay, dann gib mal das her. Nee, ich hab sie schon verbraucht. Tja. Ich denk mal, die Preise für eine Spitzhack ist immer noch gleich. Ich hab ne Hacke Level 2. Ich bin voll equipped Luftschirbel. Wir haben, ach, wir sind nur zu zweit. Das ist ja. Ah, du baust drüber. Na. Ich baue, ich baue Bett ein. Ey, nimm mir doch nicht das Eisen weg. Ist hier vielleicht Gold im Bauch? Muss ich mal gucken. Nein, aber es ist ganz schön hier im Bauch. Guck, komm mal hier rein. Ich muss dir mal reinziehen. Wie bist du denn da reingekommen? Hier durch die Trappe. Hier beim Bronze. Achso. Hat man davon hier im Bauch? Nein, sieht einfach ne cool aus. Kann man eigentlich hier auch abbauen? Weil dann weiß ich, wie wir uns rüber bauen können. Nein, brauchst du dich denn schon mal rüber? Oh, dein Handy spart drauf. Kann man gar nix machen. Ja, man hat KDÜ und so hat hier so ein Ding, Ding. Ja, obwohl es ganz weit in liegt. Ah, ich... Nachrichten. Bidim, bidim. Was ich meine? Ich wollte es mal hier erst beziehen und du kannst dich so lange rüber. Ja, ja, wollte ich gerade schon wieder sagen. Du musst so nein. Genau. Oh, ich war gestern auf der Kirmes. Als du bist da wissen, wie das scheiße war. Ich habe erst mal 15 Euro für Autoscooter ausgegeben. Und dann habe ich noch 6 Euro Mies bei ihm. Ernsthaft. Damit ich zweimal mit so einem Zwister fahren konnte. Und ich wäre bei jeder Fahrt bei den Zwister dann herausgeflogen. Weil ich mich eisgert in die Mitte gesetzt hatte. Wow, 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 wow. Das ist nicht mein Problem. Wir werden, wir werden, wir werden attackiert. Hast du genug locker? Ich werde sterben, ich werde sterben. Tot. Tot. Ja, der kommt, der kommt hier. Der hat Bauer. Wenn der kommt, dann ist er weg. Doch. Da ist gar keine. Guck doch, der wurde von King getötet. Danke, P.V. Ja, 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 glaube ich dir. Ich habe ja gesehen, wie du auf einmal verspunden warst hier. Aber. Ich habe keine. Da kommt einer. Da muss man so. Ich bin schlecht. Der kommt. Nein, nein, nein. Ich muss so. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, der ist jetzt aber mit Einstein zugebaut. Da kommt er nicht rechne. Ach, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Er ist weg. Er ist weg. Er ist wie backt im Bogen. Hä? Nee, der ist unmöglich. Ich hatte voll equipped. Der hat mich mit zwei Schlägen ermordet. Der hat mich blutdünstig. Schnellt eine Spitzhacke. Er baut sich ein. Nein, nein. Er hat unser Bett. Er hat unser Bett. Er hat unser Bett. Er ist fast tot. Er ist fast tot. Ja, ich habe mit der Hand. Ich komme auch. Ja, er ist gut. Ich baue weiter. Ich baue weiter ein. Moment, muss man... Oh, Mensch, ich war nicht mal fertig. At all? Hä? Wie schreibt man denn ins Gesamtschat? Oder ist es direkter Gesamtschat? Ich würde sagen, einer passt jetzt auf und der andere, der kauft einen in der Zeit. Ja, ja, weil... Passt du mal kurz auf. Ich komme wieder ein, der ja nicht ist angebaut. Ja, das fertige Schmutz auch ankaufen. Ich war nämlich nicht fertig mit dem Bett. Ich bin schon wieder ein Schwert, wenn ich da bin. Okay, Schwert. Zack, schon schnell ein Schwert. Es ist eigentlich schon mal ganz gut eingebaut, auf alle Fälle. Da habe ich es auch. Zack. Oben müssen auf alle... Ich baue nur noch Kisten, das ist schon mal klar. Ich baue trotzdem hier schon mal eine kleine Barrikade. Bei mir ist der Shop rings wie ein bisschen verpackt. Ja, dann... Du hackst beim auch schon so ein bisschen rum. Du warst auf alle Fälle Gold. Wenn ich einen Bogen habe, dann geht's ab. Wollen wir dann gemeinsam in die anderen sich erst mal verstecken? Ich bin mein Bogen. Ich bin hinter die, ich habe ein Schwert. Das ist das Einzige, was ich habe. Nein, wir sind die... Nein, die haben Flyhacks. Nee, die hat ein Feuerbogen oder sowas. Wir hatten... Wir hatten nicht mal... Anderthalb Herzen noch, anderthalb. Puh. Ich habe eins. Alter, voll, 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 voll. Wow. Ach, du... Alter, das ist doch NGG, Alter. Dann hatte der... Das ist Team Geld, das... Lol. Was ist das für ein Overpowered? Das war ein Hacks. Achtung, wir wären von rechts adaptiv. Ich brauche erstmal was zu essen, auf alle Fälle. Ich habe noch ein Herz und ein Ränge nicht. Ich nix Ränge tue. Ich brauche erstmal das ganze Eisen, denn ich... Ich wüge mich jetzt erstmal gut, damit ich hier verteidigen kann. Weil ich glaube, vorerst kommen wir erstmal nicht in die Mitte. Nee, die stehen da mit dem Bau. Ich bin da durchgekommen, bin ich erstmal runtergeflogen. Wie machen wir es denn jetzt? Äh, mal gucken. Ja, ich brauche alle Fälle... Ich liebe ja es Maragd. Wenn wir erstmal einen Schädelspalte haben, können wir auf... Ah, jetzt hast du das Eisen, ne? Was bringt dich zum Maragd? Das Maragd. Das Maragd. Damit kann man sich Schädelspalte... Das ist eine Axt, die ist ein bisschen an der Werbung auch noch. Und das ist richtig geil. Du kannst im Prinzip in die Mitte waschen, wenn du Glück hast, sind da so eine weißen Teigchen. Wenn du so ein weißes Teigchen einsammelst und dann stirbst, dann hast du deine Sachen von vorher immer noch. Und mit Smaragden kannst du dir Schädelspalte holen und sowas. Was ist das gefährlichste Waffe, in dem braucht man denn? Guck, musst du einfach... Ein, einen einzigen und pro, äh, pro Auswurf wird aber auch nur eine gespawnt. Das ist jetzt eigentlich halbwegs sicher sein. Nein, das heißt, die Kacksteine gekauft. Weißt du, was wir jetzt noch... Also, ich baus jetzt noch ein bisschen rein, aber... So vorertäuschen, als ob wir nur so eine Scheißblöcke hier vorgesetzt hätten. Nein, das ist scheiße, dann können sie sich nämlich immer so... Nein, ich war noch nicht fertig mit Penne. man das ab und dann war es ja ich muss gleich aber ich kann es wenn du der da sind und ich kann ja einfach durchgehen so wir kommen wir durch die durch ich habe noch die zwei endlich dauernd manche manche drinnen noch mal ich gebe ich gebe deckung es ist ja ich kann auch von der seite an die türen rein es gibt er an den arten raum noch seit hat auch gehört das ist in einem rhein jao team blau ist ausgeschieden nein nein guck mal z guck mal z ich habe es gesehen vor allem keiner von 6 6 6 ich brauche eisen für kisten hast wenn unser bett safe ist kann man uns equipment der mama einer verteidigung aber ohne bogen ich ohne bogen reimt sich irgendwie was falsches drauf aber es habe ich auch was nix das würde ich in der mitte kämpfen ja die kämpfe in der mitte also ich dachte schon die kommen ich glaube er geht nicht habe ich schon probiert wenn man dann in dem chat schweiten rüstung kommt übrigens fürs markte kannst du dir auch schule des berserkers sechs schutzweit wieder bei zwei holen oder ein hell mit schutz das mikrofon von dir ist gerade irgendwie verpackt ich habe noch schnell zugebaut das letzte was ich machen konnte ich habe noch schnell zugebaut ok jetzt er hat den bogen frei ist ja ich möchte die mitte ich war schon hier ist noch hier und ich sterbe du musst beide ich habe ihn ich habe ihn runter nein erst er hat kriegt er keinen not weg einfach prügel ihn von der brücke runter solange es noch geht ach so ich dachte gerade ah hier ist so ein ja geil unser bett wurde unser bett wird schon ich halte ihn aufkommen ja keine ahnung keine ahnung so meine lieben freunde das war es von dieser aufnahme wenn sie euch gefallen hat würde ich mich lieber eine positive bewertung fahren am ende ist leider mein pc ausgegangen warum auch immer hat mich leider sehr enttäuscht und es ist einfach sehr traurig aber das war das ganze video und ja denk dran das video zu liken und dann freue ich mich schon mal auf die nächste aufnahme mit dem und dann sag ich wir sehen uns bye bye bye